Anlagenabschaltungen, Stillstände und Revisionen sind komplex. Die Herausforderungen Qualität, Zeitdruck, Effizienz, Umweltschutz, aber vor allem maximale Sicherheit für Mitarbeiter und Kontraktoren. Sicherheit hat oberste Priorität. Sie brauchen hierfür Personal, Zeit, Technik, Know-how. Infolgedessen ein Riesenbudget. Ergo, Sie brauchen ein funktionierendes ganzheitliches Sicherheitskonzept, das regelmäßig auf seine Wirksamkeit überprüft und trainiert wird. Oder Sie kommen zu Dräger. Dräger ist Innovationsträger von Shutdown, On-Site und Rente-Lösungen. Wie Dräger Ihnen hilft? Mit Analyse und Beratung im Hinblick auf Ihre individuellen Gegebenheiten und den jeweiligen Bedürfnissen. Mit der Bereitstellung von Sicherheitspersonal. Mit dem perfekten Training und Ausbildung des Sicherheitspersonals auf allen relevanten Ebenen. Mit über 125.000 Mietgeräten weltweit verfügbar. Inklusive Shopsystem, Wartung, Personal und Infrastruktur. Wo und wann immer Sie es brauchen. Mit moderner Technik und neuesten Technologien. Ihre Vorteile? Sicherheit. Unfälle entstehen nicht. Unfälle werden verursacht. Wir machen Arbeit sicherer. Budget. Stillstand kostet. Mit unserem ganzheitlichen System sparen Sie Zeit, Equipment und Sie vereinfachen sowie verkürzen Planungsprozesse. Warum das Träger kann? Unser Benchmark ist Null Unfälle, Null Vorkommnisse. Immer an Ihrer Seite. Träger. Rental and Safety Services.